Hallöcher meine Frumpels, Roller und Kumpels, wie geht's dir stets? Gerüchten zufolge sollen wohl bald 5 neue Waffen oder so erscheinen in Modern Warfare und darüber wollte ich heute mal mit euch reden. Aber bevor ich damit anfange, würde ich mich natürlich wieder mal über ein Abo freuen, ne? Wer hätte das gedacht? Und ja, jetzt geht's hier ratzfatz los, so wie immer. Ein User auf Reddit hat in den Spieldateien von Modern Warfare neue Waffen gefunden, an denen gearbeitet wird. Und diese wollte ich euch jetzt auch mal vorstellen. Geht hier direkt los. Die erste gefundene Waffe ist die APC9. Die gibt es wohl seit Release schon in den Spieldateien, nur ist die bis heute noch nicht aufgetaucht und keiner weiß warum so genau. Die soll wohl auch schon so gut wie fertig sein und dazu auch noch vier verschiedene Varianten für den Shop und sowas haben. Wie gesagt, es weiß wirklich keiner, warum die noch nicht da ist, aber es könnte sein, dass diese bald erscheint. Als zweites eine Waffe, die wir kennen aus MV2. Und zwar einmal hier, wie man sieht, die Vector. Ich bin jetzt gerade mal in MV2 dran, um euch die zu zeigen. Das war ein bisschen cooler als ein Bild, würde ich sagen. Die soll wohl kommen anscheinend und für die gibt es auch schon Schuss-Sounds und alles. Also wurde alles in den Daten gefunden. Deswegen könnte es möglich sein, dass die wirklich bald erscheint. Und die zweite Waffe aus MV2, die nicht wirklich eine Waffe aus MV2 ist, aber ich bin jetzt hier trotzdem mal in MV2, ist die XM109. Die soll wohl aussehen wie hier die Barrette oder Barretta. In echt soll die wohl kleine Granaten abfeuern und so. Und deswegen denken oder spekulieren einige, dass das eventuell so eine Special-Waffe werden könnte, wie der Granatenwerfer, den man ja auch bei Warzone finden kann. Also soll es wohl eine reine Warzone-Waffe werden. Bin ich gespannt. Mal gucken. Ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn es die richtig geben würde. Dann hätte ich nichts dagegen. Und dann als nächstes, auch ganz wild, wie man heutzutage sagt, soll wohl angeblich die Galilie aus BO1 kommen. Da bin ich auch mal ganz gespannt. Also die wurde natürlich auch wieder nur in den Daten gefunden, nichts bestätigt. Aber für die Waffe soll es wohl dann auch schon Sounds geben. Und da bin ich wirklich heftig gespannt, ob die kommt. Ich meine, scheiße war die Waffe nie. Und ja, deswegen, ja. Satz beendet. Und als letztes habe ich dann noch, aber leider nur ein Bild, eine weitere DMR soll wohl auch noch kommen. Die HKG28. Eine Variante der HK417. Wie HK417 jetzt aussieht, weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall eine weitere DMR. Und ja, um es nochmal abschließend und das letzte Mal zu wiederholen, sind wirklich alles nur Gerüchte und Dinge, die in den Daten gefunden wurden. Ob es kommt oder nicht, kann keiner wissen, kann keiner sagen. Aber auf jeden Fall existieren diese Waffen in den Spieldateien. Und es bleibt abzuwarten, wann diese dann auch wirklich mal erscheinen. Ich hätte, wie gesagt, nichts dagegen können. Von mir jetzt gleich alle kommen. Und auf einmal, mehr Waffen ist immer gut. Und ja, dann würde ich mich an der Stelle hier verabschieden. Haut rein und tschüss.